Was ist die Firma Schutz? Firma Schutz wurde 1961 gegründet durch mein Vater Heinz Schutz. Er hat das Unternehmen als Bauernschmied gegründet und hat sich aber schnell von diesem landwirtschaftlichen Bereich zurückgezogen und ist in dem Fahrzeugbereich gelandet. Daraus resultierte, dass wir uns mit kleinen Anhängern weiterentwickelt haben, bis hin zu kleinen Fahrzeugaufbauten schon Anfang der 70er Jahre. Der große Ruck bei uns im Unternehmen kam schon mit der Geburtsstunde des Sprinters. Mit dem Sprinter haben wir das beste Fahrzeug gefunden, was auf dem Markt ist und wir haben fast das leichteste und niedrigste Fahrgestell. Gerade im Vansolution-Bereich kommt uns das super entgegen und da passen unsere Aufbauten ideal drauf. Wir haben im Vansolution-Bereich zwei Produkte, das ist einmal die Mittelhochpritsche, die hat keine Radkästen und einmal die Tiefpritsche, mit der wir nochmal ungefähr 100 mm niedriger von der Beladehöhe kommen. Mit dem Sprinter bieten wir dort die niedrigste Beladehöhe an, die zurzeit auf dem Markt ist. Unsere Pritschenaufbauten werden komplett hier am Standort gefertigt. Wir profilieren die Profile selber, wir machen den Zuschnitt, den Rohbau, Schweißerei und auch die Montage erfolgt hier im Hause. Gerade in dem Segment achten wir sehr darauf, dass die Aufbauten alle sehr sehr hochwertig sind, feuerverzinkt sind. Wir verwenden einteilige Siebdruckböden in 18 mm Stärke, da haben wir auch eine sehr hohe Qualität und Stabilität durch. Das sind die Kundschaft und ist damit voll und ganz zufrieden. Für uns ist das Wichtigste, dass der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt. Deshalb bieten wir eine hochwertige Lösung an mit hochwertigen Materialien, besten Korrosionsschutz, Feuerverzinkung, dass der Kunde dieses Produkt auch vielseitig nutzen kann. Für uns hat die enge Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz nur Vorteile gemacht. Man spricht ja nicht von der Transporter-Klasse, es spricht die ganze Welt von der Sprinter-Klasse. Es ist der Marktführer und da ist natürlich eine solche Zusammenarbeit super. Wir werden im Vorhinein schon in die Entwicklung der Fahrzeuge mit einbezogen als Ransolution Partner. Wir haben vorab Treffen, Meetings, in denen Sachen besprochen werden, Aufbaufreundlichkeit, was für Schnittstellen werden benötigt, was kann verbessert werden. Die Zusammenarbeit mit Mercedes-Benz ist auf Augenhöhe. Wir reden alle jeden Tag und arbeiten alle Hand in Hand und es ist eigentlich ein freundschaftliches Verhältnis. Unsere Kunden schätzen, dass wir flexibel reagieren können und dass wir auch immer auf Fahrzeugabmaße und auf Sonderwünsche reagieren können. Das macht Schutz aus und das haben wir seit Firmengründe nicht vergessen. Wir sind Dienstleister am Kunden und können fast alle Kundenwünsche erfüllen. Wir sind Dienstleister. Prizes gratuit. Dust habe, Universität Interesses – mir geht es wieder hoch und atmosphr quello mit